Wie, vergiss das Speicher nicht. Alter! Das Spiel macht mich fertig gerade. Und mein Fuß eingeschlafen. Was? Das ist nicht das Bad-Ending? Ernsthaft? Okay. Dann will ich gar nicht wissen, was Bad-Ending ist. Oder will da jemand Begrüßungskommando für ein Politiker nachspielen? Hm. Ja. Wahrscheinlich wieder irgendein Monster, was ich nicht ab... Obwohl, nee. Wir haben alle Monster-Dinge abgegeben, ne? Die ich offen hatte. Also alle Monster-Dinge erledigt. Oder? Ich meine, ja. Meister Ort! Hm. Wurde bestimmt aufgehalten. Du bist spät dran. Die Soldaten... Blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du's dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit silberbeschichteter Sideritstahlkern, Glüphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Zirail Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos. Einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du's ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Hm. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine. Wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Maribor-Wald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann... wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Also mir jetzt nicht. Ist das zumindest jetzt gerade so ad hoc nicht, wer das sein könnte? Really? Komm schon. Dann nämlich. Oh. 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 Scheiße, der Hexer! Gut, da kann ich nicht mitreden, Benni, weil sowas guck ich nicht. Schon gut, kommt raus. Wie war eure Reise? Gute Überfahrt gehabt? Mit der löchrigen Nussschale von der Nebelinsel? Nur, das Mädel kann vor Glück reden, dass ihr nicht mitgefahren seid. Hättest sowieso nicht reingepasst. Der Kahn war so voll, dass wir fast untergegangen wären. Und nach Fischkacke hat's gestunken. Ja. Ist ja im Stehen eingeschlafen. Ihr habt mein Boot gestohlen. Geliehen. Wir wussten, dass es deins war. Ist es noch? Meinst du, wir würden einen Freund wie dich bestehlen? Dich ohne Seife vögeln, während du einen Rausch ausschläfst? Oh, das ist gut. Dann gebt ihr mir also mein Boot zurück. Wozu in aller Welt brauchst du in dieser Gegend überhaupt ein Boot? Na gut, vergesst es einfach. Hat er gerade mit offenen Augen geschlafen. Oder schläft immer noch mit offenen Augen. Im Stehen. Wie hat es euch hierher verschlagen? Die Geschäfte sind schuld. Schlechte Zeiten, weißt du? Da muss man nehmen, was man kriegt. Der blinzelt doch noch. Brauchen die Leute hier den Landvermesser? Wir haben uns umorientiert. Setzen jetzt auf Wertsachen. Wertsachen? Sie kommen. Versteckt euch. Was ist denn los? Du hast uns nicht gesehen. Wo sind die Zwerge? Zwerge? Spiel keine Spielchen mit mir, Hexer. Es sind Diebe. Sie haben Darkborgs goldenen Kelch gestohlen. Darkborg? Wer ist das? Der neue Gouverneur von diesem Land. Der Kelch muss gefunden werden. Sag uns, was du weißt. Sonst werden wir dich zwingen. Ich weiß nichts. Der Hexer weigert sich zu kooperieren. Ergreift ihn. Hey. Warte. Hey. Das ist aber nicht cool hier. Das ist aber nicht cool hier. Das ist aber nicht cool hier. Geht doch. Oh, danke dir, Hexer. Hab den anderen gesagt, dass du ein feiner Kerl bist und wir dein Boot nicht hätten klauen sollen. Hab gehört, ihr macht jetzt Geschäfte mit wertvollen Gegenständen. Ja. Wir setzen auf bewegliche Dinge. Heutzutage weiß man ja nie, wann man einen vergoldeten Kelch mal gebrauchen kann. Verstehe. Was habt ihr damit gemacht? Äh, der ist weg. Verkauft. An einen Herrn Spiegelei oder so. Lustiger Name. Hat aber gutes Geld bezahlt. Wir hätten es mit dir geteilt, wirklich. Aber du siehst mir eher so aus, als würdest du Geld aus Diebstählen nicht annehmen. Ja, du hast diesen rechtschaffenden Blick. Eindeutig. Ich will euer Geld nicht. Seht ihn euch an. Beleidigt. Als hätten wir ihm nacktes Mädel unter die Nase gehalten. Hexer folgen eben ihrer Überzeugung. Keine Diebstähle, keine Mädchen in den Po kneifen und keine Überfälle auf Reisende. Wir machen Ausnahmen. Besonders, was Reisende angeht. Achso, ich dachte, er sagt jetzt, was Mädchen in den Po kneifen angeht. Hä? Warum? Warum kneifen Hexer Mädchen nicht in den Po? Äh, ganz schön mindig. Wir marschieren in zwei Stunden. Mehr kann ich den Zoller ausrufen. Nehmt euren ganzen... Du redest doch nur. Ich komm zurück und hol dich. Verbeugt euch vor eurem neuen Herrn. Und Beschützer. Der edle Herr Darkbaut wird dieses Land würdervoll und... ...wesen wären, während die Schwarzen mindestens bis zum Juli geblieben. Ähm... Ist das erledigt? Ey, das Spiel ist so ein Arsch. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist ein Arsch. Und wir haben einen neuen Auftrag. Okay, jetzt weiß ich, warum, äh... Nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe! Ah! Wunderschön! Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu gekommen, Hexerin. Ernsthaft? Lass es uns ausprobieren. Lol. Bitte? Ich sag ja. Witcher 4. Siri. Der dritte Nachrichtkrieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ach, du Scheiße. Ohne radens taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Negionen, Emmer, war Emreis, nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emher, war Emreis, hatte die Überfälle durch temerische Partisanen sein. Beide gestorben? Und völligte ein, Temerien zum kaiserlichen Basalenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temeria, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovit fertig war, verfuhr Emher mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhers Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger, ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte. Ist gut. Cirilla Fiona Ellen Rianon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Yaruga bis zu den Bergen Kovnirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Während Dirigenten, Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben fern aller Politik zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht. Alter. Bitte. Aber kann man jetzt ganz normal weiterspielen, oder muss ich jetzt den letzten Spielstand dann nehmen? Loll, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir Witter durchspielen heute. Dass wir schon durch sind. Also, bis auf DLC-Sachen halt, ne? Normal weiter, okay. Das ist gut, weil die DLC-Sachen habe ich jetzt vorher natürlich nicht gemacht. Loll. Okay. Aber dann geht das Spiel eigentlich jetzt mal ehrlich gesagt? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass es länger ist. Was hatte ich jetzt heute gesagt? Wir hatten 54 Stunden, gell? Ja gut, dann sind wir jetzt bei 59 Stunden. Ohne DLCs. Das ist eigentlich nicht viel. Für so ein Spiel. Ich habe jetzt mit viel mehr gerechnet. Gut, wir haben jetzt auch am Ende sind wir auch durchgezogen und haben halt die ganzen Kack-Sachen mit Schatzsuche und Kartenspielen und so nicht gemacht. Ja, ja gut, ich dachte eigentlich halt manche Teile der Map, weil da zum Beispiel unten rechts halt so eine riesen Stadt war, dass man da halt sowieso durch die Story halt irgendwie noch hinkommt. Aber gut zu wissen. Ja, cool. Machen wir die Story von The Witcher durch. Bitte. 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 Ich glaube, ich höre auch gleich auf. Ich kann nicht mehr sitzen. Ja, das Spiel ist echt geil. Ich bereue es irgendwie, dass ich die ersten beiden Teile nicht gespielt habe. Also habe ich, das habe ich halt bei Red Dead Redemption 2 auch gesagt. Dann habe ich es auch bereut, dass ich den ersten Teil halt nicht gespielt habe. Aber das Ende war schon so ein bisschen fies, dass man erst denkt, Ciri wäre tot. Die waren nicht so gut? Okay. 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 Ja, ich lese ja auch die Bücher. Du bekommst dann ja eh alles nochmal mit, was so in den ersten beiden Spielen passiert ist. So ungefähr. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was in den Büchern, welches Ende dann da gewählt wurde, wenn du in den Spielen zwei Enden hast. Obwohl, dann wird wahrscheinlich immer das gute Ende sein, gehe ich mal von aus. In den Büchern. Warum spiele ich jetzt mit meinem Haargum? Ja, dann machen wir als nächstes die DLCs. Die Frage ist, was zocken wir, wenn wir die DLCs auch durch haben? Ich hätte nämlich Bock, nochmal so was Langes zu zocken. Irgendwie macht es Spaß, samstags halt so was Längeres zu zocken. Und nicht so kleine Spiele. Kleine Spiele sind immer so schnell rum. Das ist jetzt nur gerade ad hoc kein, äh, langes Spiel, was ich noch nicht gezockt habe. Ah, klar, das werde ich definitiv erfahren. Aber wie gesagt, ich lese am liebsten irgendwie draußen, wenn die Sonne scheint, draußen beim Liegen und so. Weiß nicht, abends ist es irgendwie so. Wobei, vielleicht lese ich jetzt gleich. Wenn mein Kopf frei sein sollte. Also, ich bezweifle. Ja, ich muss mir jetzt eigentlich mal echt überlegen, welches nächstes lange Storygame ich zocke. Uncharted 3. Ne, Uncharted ist irgendwie, weiß ich nicht. Ne, ich kann im Bett meistens, ähm, so vielleicht eine Stunde oder so lesen. Aber momentan, äh, geißt mein Kopf halt immer andere Sachen. Und das ist dann, das kann, dann kann ich das irgendwie besser draußen. Weil draußen bin ich dann von nichts anderem abgelenkt. Äh, Dark Souls. Never. Äh, ja. Fällt jetzt echt keins an, gell? Ich könnte Zelda Breath of the Wild nochmal zocken, aber was geht. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal zocken will. Erstmal die DLCs fertig machen. Aber mir fällt jetzt echt keins. Mittelerde. Ah, ich war... Ich hab Mittelerde, den ersten Teil, auch ungefähr bis zur Hälfte gespielt. Aber irgendwie, weil es immer das Gleiche war, hab ich aufgehört. Also, Mittelerde, GTA kannst du mich auch nicht mit reizen. GTA 5 hab ich bis zur Hälfte gezockt und hatte dann keinen Bock mehr. Ja. Das heißt, die Spiele fallen auch weg. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hab ich irgendwo noch irgendwas Großes auf der Liste stehen. Aber ich glaub, ich hab nur kleine Spiele. Wir werden halt jetzt erstmal wieder kleine Spiele gespielt oder so. Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir so schnell jetzt doch damit durch sind. Weite Mittelerde war grottig. Keine Ahnung. Kann ich gar nicht beurteilen, weil ich hab kein Let's Play und nix davon geguckt. Weil, wie gesagt, der erste Teil schon nicht so gefallen hat. Wie gesagt, der erste Teil schon, so relativ to Ghostface. konsole ich muss mir mal meine liste angucken aber wie gesagt mir fällt doch jetzt so ad hoc kein spiel ein wo ich jetzt mega bock drauf hätte aber auch keins mehr hier so von den playstation spielen ich warte ja eigentlich auf last of us da müssen wir uns noch einen monat für gedulden gut vielleicht können wir so lange noch ziehen bis nach sowas kopf eventuell weiß es nicht sie ist jetzt einfach so lange in die länge bis last of us rauskommt da muss ich mir keine gedanken ja ich bin ja eigentlich auch alles querbeet ich habe halt auch einige spiele noch auf der liste aber die sind halt alle etwas kleiner ich hätte halt gerne wieder so was längeres 50 stunden plus mindestens man wir werden ja hier wird schon auch ein bisschen spielen stimmt ich könnte den ersten last of us ein schon mal vor last of us spielen gucken mal wie weit wie lange wir noch mit den dlcs brauchen mit switcher weil die machen wir auf jeden fall noch und das spielen wir da noch mal den ersten was gar nicht mehr wie lange ging last of us noch mal habe gar kein zeitgefühl bei dem spiel weil das einfach und so lange her ist aber 16 stunden könnte man gucken falls wir mit switcher früher fertig sind weil ich glaube ehrlich gesagt noch nicht daran dass last of us im juni rauskommt ich glaube das erst wenn das spiel draußen ist vorher nicht könnte man vielleicht noch mal den ersten spiel vorher habe ich ja hier ganz schön lang aber ich bin froh dass ich so wird ja gespielt habe eigentlich hatte ich das ja niemals im leben vor witcher zu zocken aber durch die serie hatte ich mega bock drauf habe ich ja dann spontan dazu entschieden dass ich das doch zocken will ja bis dahin muss ich final fantasy durch haben also ich mein final fantasy 7 remake ist ja eh episoden episoden häppchenweise wird es rausgebracht irgendwie so und ähm Ich wollte mal gerade gucken, wie viel Spieldauer das hat, überhaupt die Episode. Was, das soll die Länge haben eines normalen Spiels, also eines, wow. Okay, ja gut, dann habe ich noch ein paar Stunden bei Final Fantasy. Ich dachte jetzt, weil es episodenweise wäre, wäre das nicht so lang. Die Geschichte von Geralt von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeaufträge erledigen, Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kapitel des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Und ich habe neue Spiel bloß freigeschaltet. Nein. Habe ich denn jetzt für eine Quest ausgewählt? Ah, okay. Das sind jetzt die Quest vom DLC. Ja, cool, Leute. Hey, wir können jetzt demnächst das DLC machen und ich könnte mal anfangen, die Dings da hier wegzuhauen. Und die Dinger hier vielleicht auch. Also wir haben eigentlich noch echt genug zu tun hier im Spiel. Hättest ihr ohne die Serie und den Stream die Bücher nicht gekauft? Ich vermutlich auch nicht. Obwohl doch durch die Serie vielleicht. Wobei, nee, wahrscheinlich auch nicht. Obwohl, ich will mir ja auch Game of Thrones holen, die Bücher. Von daher, hätte ich es wahrscheinlich doch. Aber ich hätte mir wahrscheinlich ohne die Serie halt das Spiel nie geholt. Weil ich hatte es ja damals schon hier, hätte er ja schon längst die Gelegenheit gehabt, das zu zocken. Habe es ja nicht gezockt, weil ich kein Interesse an der Rutsche hatte irgendwie. Ja, bei mir hat die Serie den Hype ausgelöst. Ich meine, ich habe die Serie auch in einem Tag, Nacht durchgesuchtet. Abend und Nacht eher so. Einfach einen Hype ausgelöst. Ein geiles Spiel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute auch Finito. Was war zu kurz? Meinst du ja die Serie jetzt oder das Spiel im Allgemeinen? Also ich muss sagen, wirklich so 60 Stunden für so ein Spiel, wenn man jetzt so ein bisschen die Nebenmission noch abzieht, sind das ja nicht wirklich viele Stunden für die Hauptstory. Obwohl, ja gut, Final Fantasy ist ja auch nicht wirklich viel Grundmaterial an Story. Nur zieht sich ja alles immer nur in die Länge wegen Nebenmissionen. Serie. Ja, acht Folgen, ne? Folgen ist echt nicht viel. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Und ich will die Serie, halt die erste Staffel nochmal gucken. Auf jeden Fall irgendwann mal. Ob ich die jetzt in einem Stück dann nochmal gucke, weiß ich nicht. Aber, ähm, auf jeden Fall nochmal irgendwann anfangen und gucken. Ja. 29 Stunden sind schon drin. Ja, aber ich hätte mir irgendwie mehr, noch mehr Story gewünscht. Weiß, wie ich meine. Story fand ich jetzt, ging dann doch irgendwie relativ schnell rum. Oder weil wir jetzt viel Story hintereinander gemacht haben. Das kann natürlich auch sein. Das ist auch möglich. Ja. Mal gucken. Also wir machen auf jeden Fall noch definitiv die DLCs halt. Da haben wir noch ein bisschen was. Und, äh, die ganzen Nebenquests und so ein Kram machen wir auch noch weg. Gucken wir uns noch die Map an, weil wir ja noch ein paar Sachen nicht gemacht haben. Waren ja, ja gut, die ganzen Fragezeichen, ob ich die jetzt alle ablaufe, weiß ich noch nicht. Das gucke ich dann. Waren ja noch nicht hier unten und so. Deswegen, da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Haben wir hier eigentlich noch was? Ich glaube nicht, ne? Nur, ja, nur ein, zwei Fragezeichen noch. Beziehungsweise die, äh, Dingsda, die heißt. Nester. Ja, und uns Gälliger haben wir halt auch noch. Ähm. Sehr viele Fragezeichen. Aber, warte mal. War hier unten nicht... Da. War hier nicht das Gelb? Warum ist das jetzt nicht mehr... Gelb? Ist das ein Grund? Oh, toll, Hallöchen, hatte 161 Spielstunden. 61 Prozent, wow. Das ist heftig. Ja, gut, ich werde nicht, also ich werde definitiv nicht 100 Prozent machen, weil die ganzen Fragezeichen... Ich mache jetzt die DLCs noch und spiele vielleicht privat noch die Karten, dass ich mal wenigstens einmal Quint gespielt habe. Ich will mal sehen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und, ähm, ja, wir machen halt im Stream noch die DLCs, fertig und gut ist. Es gibt noch so viele Games, die warten, theoretisch. Ich muss mir nur mal die Liste angucken. Also meine Liste. Muss ich mir halt mal angucken.